Warum wollen Sie zur CIA? Ich möchte meinem Land dabei helfen, die Welt zu verbessern. Das moderne Schlachtfeld ist überall. Sie haben mir nicht gesagt, dass wir die ganze Welt überwachen. Ihr Laptop ist aus. Das Programm ist so gerissen, da geht nicht mal das Webcam-Licht an. Entweder bin ich im Unrecht oder der Staat. Zuerst mal wüssten wir gerne, wie du an diese ungeheure Menge von Informationen gelangt bist. Glenn, beginnen wir doch vielleicht mit deinem Namen. Mein Name ist Edward Joseph Snowden. Die werden schnell rausbekommen, was ich getan habe. Bin ich im Visier? Wen beobachten die? Nein, okay. Zu verbergen. Jeder hat was zu verbergen. Hast du ein Programm benutzt, ohne die Befugnis zu haben? Die werden schnell rausbekommen, was ich getan habe. Und dann jagen sie mich. Wen beobachten die?